Wer meinen Kanal seit einiger Zeit verfolgt, der weiß, dass ich auch mit dem israelischen Holsterhersteller oder Zubehörhersteller Israel Defense Store ein bisschen zusammenarbeite. Als ich auf der IWA im März war, habe ich mich dort auch nochmal gezeigt und mich ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Und was lange währt, wird irgendwann mal gut. Und sie haben mir dann ihre neueste Generation der Level 1 und Level 2 Holster zukommen lassen. Es hat einen Moment gedauert, weil sie noch nicht verfügbar waren. Jetzt habe ich beide Modelle da. Und zwar habe ich sie mir für zwei verschiedene Waffen schicken lassen. Einmal für die P10 und einmal für die P07. Das sind zwei unterschiedliche Holster. Preislich liegen diese Holster, wie die anderen auch, in etwa bei 35, 36 Euro sind es, glaube ich. Noch sind sie nicht im Laden verfügbar, aber wer freundlich bei IDS, Link poste ich euch unten, anfragt, kann sie vielleicht schon bekommen. Muss man einfach mal schauen. Um was geht es? Wir fangen mal mit dem Level 2 Holster an. Geliefert werden die Holster wie gehabt in den kleinen Ziploc-Tüten mit allen Werkzeugen, die erforderlich sind. Entsprechend ein Imbusschlüssel. Das hier ist das Level 2 Holster für die P07 CZ. Level 2 deswegen, weil es hier oben diesen Knopf hat, diesen Hebel, um die Waffe zu entriegeln. Das heißt, dieses Holster hat, ähnlich wie die Blackhawk Holster, eine Holstersicherung. Wie bei allen anderen IDS-Holstern ist hinten das Paddle drehbar. Hat hier unten auch eine Drehbegrenzung mit drin, über dieses kleinen Halbkreis hier unten. Oder Viertelkreis, Drittelkreis, was auch immer. Ich kann aber auch zum Beispiel eine Low-Ride-Plattform anbringen. Ich kann einen Gürtelhalter hier mit anbringen, dass ich nicht mit Paddle arbeite. Ich kann einen Molle-Adapter für taktische Westen mit anbringen, etc. Es ist also sehr, sehr vielseitig. Hier meine P07 Kadett. Wird einfach reingeschoben und ihr seht, ich kann sie jetzt nicht ziehen. Erst wenn ich hier hinten diesen Knopf reindrücke, wird der Mechanismus freigegeben und die Waffe kann gezogen werden. Ich finde dieses System ein bisschen angenehmer und sinnvoller als jetzt zum Beispiel dieses Blackhawk System mit dem Druckknopf hier vorne. Weil ich bei diesem System tatsächlich meinen Zeigefinger nicht irgendwo mit Druck in Richtung Abzug schiebe. Den Ziehwiderstand kann ich zusätzlich durch rein- oder rausdrehen dieser Imbusschraube, da passt der Imbusschlüssel natürlich auch, ebenfalls einstellen. Damit eben die Waffe zusätzlich noch ein bisschen mehr Grip im Holster hat. Ich habe das mal ein bisschen probiert, ich werde es euch auch gleich nochmal demonstrieren. Das Ziehen mit diesem Holster geht super, super einfach und die Waffe geht tatsächlich schnell und einfach aus dem Holster raus. Das ist das Level 2 Duty Holster. So, die zweite Variante ist das Level 1 Holster. Das Level 1 Holster ist komplett ohne interne Sicherung. Das heißt, hier sind wir tatsächlich einfach ziehen. Ich habe jetzt hier exemplarisch die Low-Ride Plattform angebracht. Die finde ich persönlich, gerade wenn es um Wettkampf geht, sehr, sehr angenehm. Da die Waffe hier mit dem Griff in Beckenhöhe ist, muss ich eben nicht ganz so weit hier oben den Ellbogen verkanten, sondern ich komme wunderbar schnell an die Waffe ran und kann sie auch super einfach wieder holstern. Geht wunderbar. Preislich liegen wir auch hier im Bereich von 35, 36 Euro, denke ich mal. Die Low-Ride Plattform kann direkt mitbestellt werden bei beiden Holster-Varianten. Kostet dann, glaube ich, nur 15 Euro anstatt ein bisschen mehr, wenn es im Bundle bestellt wird. Oder eben auch die Gürtelschlaufe oder Moller-Adapter oder, oder, oder. Kann direkt mitgeordert werden. An dieser Low-Ride Plattform, wir machen sie gerade mal raus. An dieser Low-Ride Plattform sehen wir hier, kann das Holster ebenfalls in der Neigung angepasst werden und ich habe auch zwei verschiedene Höhen, wo ich es einstellen kann. Ich kann es entweder hier unten anmontieren oder ich kann es hier oben anmontieren. Das ist einem komplett selbst überlassen, wie er das machen möchte. Wundert euch nicht, ich habe meine Low-Ride Plattform ein ganz klein wenig getunt. Und man muss immer dazu sagen, das sind Dienstwaffenholster oder Dienstholster und keine Sportholster. Die Koppeln aller Double Alpha, Höppner und Schumann und Co. sind sehr dick und steif und passen nicht auf Anhieb durch die vorgelegten, vordefinierten Schlitze. Das heißt, ich habe hier zwei Brücken rausgenommen, damit die Double Alpha und die Höppner- und Schumann-Koppel hier problemlos durchpasst. Das ist aber meine persönliche Veränderung. Muss man einfach testen, ob das funktioniert. Wenn ich sowieso die inneren Schlitzen nicht benötige, dann stört es auch mich nicht, wenn sie nicht da sind. Lässt sich aber mit einem Cuttermesser sehr gut entfernen. So, und ihr seht hier auch wieder die Möglichkeit, per Imbusschraube den Ziehwiderstand einzustellen, um sie eben sicher, man sieht auch mal, ich habe einen leichten Widerstand, aber ich habe ihn so eingestellt, dass es wunderbar einfach rausgeht. Eine sehr schöne Geschichte. So, jetzt nochmal, wie versprochen, ganz kurz das Thema des Level 2 Holsters. So, ihr seht, im Vergleich jetzt zum Level 1, es sitzt verhältnismäßig hoch, das heißt, mein Arm muss natürlich hier verkantet werden, aber ich kann es, wie gesagt, auch an der Low-Ride-Plattform anbringen. Ist also kein Problem. Und auch hier geht super, super einfach von der Hand zum Ziehen. Absolut perfekt. Ich muss die Waffe weder runterdrücken, noch muss ich dran reißen oder irgendetwas. Es ist einfach nur den Daumen, wo ich sowieso runter muss, die liegt genau in dem Bereich, wo ich hin muss, runterdrücken und zack. Ich kann diese Holster von IDS durchaus empfehlen. Sie sind von der Qualität her hervorragend. Sie sind leicht, sie sind kostengünstig, muss man ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu manchen anderen Herstellern. Der Versand ist meiner Kenntnis nach weltweit kostenlos. Das heißt, bestellen und ihr kriegt es zugeschickt. Einzige, was passieren kann, muss nicht. Die letzte Charge wurde nicht vom Zoll aufgehalten. Kann also sein, dass halt Zollgebühren anfallen. Aber das ist, denke ich mal, normal egal, wenn man außerhalb der EU etwas bestellt, kann das immer mal passieren. Kommt aber auch ein bisschen auf den Kurierdienst an, mit dem die das verschicken. Wie gesagt, IDS Level 1 und Level 2 Holster, ganz neu für die CZP 10 und für die CZP 07. Leider noch nicht im Online-Shop verfügbar, aber ich denke mal, wer dort anfragt, dem wird auch geholfen. In diesem Sinn, wir sehen uns. Vielen Dank.